Moin Leute, mein Name ist Eugen und ich bin der Kopf hinter Ruth Tattoo. Wie man uns erkennen kann, immer noch im Office. Ich bin gerade dabei ein bisschen zu recherchieren und dabei kam mir eine neue Videoidee. Und zwar schaue ich mir immer gerne die Historie von Marken an. Das heißt, wenn ich eine neue Brand auf den Schirm geholt habe, gucke ich immer mal so die Anfangszeiten der Brand an. Vor allem auch so wie die Entwicklung war. Und heute wollte ich das Ganze mal mit euch zusammen machen. Ihr wisst natürlich durch den Titel, um welche Brand es sich handelt, represent. Und zwar habe ich schon vor einer ganzen Weile mir das Ganze mal so ein bisschen angeschaut. Wir haben die Jungs angefangen. Was waren so die ersten Kollektionen? Und heute dachte ich mal, machen wir es zusammen. Ich habe im Internet die Möglichkeit, ja nicht alles zu sehen, aber zumindest so ein bisschen was aus den Internetarchiven raus zu krammen. Und das habe ich schon mal so ein bisschen vorbereitet. Und ich würde sagen, die gehen da so ein bisschen zusammen durch. Also auf geht's! Eine Sache noch vorab. Ich habe hier gerade was liegen und das wollte ich euch natürlich noch schnell mal zeigen. Und zwar bin ich ja gerade dabei, die Racing Kollektion fertig zu machen. Das ist Nummer 5. Die wird in den nächsten Wochen erscheinen. Einige, die mich auf Instagram verfolgen haben, vielleicht schon in den Stories so ein bisschen was gesehen. Und hier habe ich gerade einen Eindruck liegen von einem der Designs. Das wird auf jeden Fall richtig, richtig nice. Und wichtig zu wissen, die ganzen Pieces kommen auf die neuen Schnitte. Das heißt, 2020 gab es wieder ein neues Update. Das heißt, T-Shirts, Hoodies etc. Auch der Sweater hier ist mit komplett neuer Version. Dazu gibt es aber später auf jeden Fall noch ein Video und ich würde sagen, wir machen das Fenster wieder von mir ein bisschen klein und ich schalte euch auf den Bildschirm und jetzt legen wir los. Okay, fangen wir an. Die erste Aufzeichnung, die ich im Internet gefunden habe, war Mai 2011. Ich glaube, da war vielleicht auch sogar der Launch. Die Daten, die ich hier nenne, das ist wirklich das, was ich so grob rausfinden konnte. Es wird vielleicht nicht hundertprozentig hinhauen, aber ich denke, mal grob können wir schon das Ganze gut eingrenzen vom zeitlichen Ablauf. Hier fehlen auch natürlich ein paar Bilder. Man hat nicht alles so rausholen können, aber ein paar Sachen sehen wir auf jeden Fall schon mal. Ich habe auch ein paar Screenshots gemacht von Sachen und ja, lass uns das Ganze einfach mal durchgehen. Also Mai 2011 war so die erste Aufzeichnung, die ich von Represent gefunden habe. Da sehen wir auch schon das Logo so ein bisschen und wir haben jetzt leider keine Bilder zu der Kollektion oder wie die ganzen Sachen aussehen, aber ich habe aus Interviews von den Jungs gehört, dass sie auf jeden Fall auf Merchandising Sachen gedruckt haben, Gilden und sowas wurde auf jeden Fall da oder ist da auf jeden Fall zum Einsatz gekommen. Wenn wir auch die Preise angucken von Represent, die ersten T-Shirts waren wirklich so 13,99 Euro. Also Pfund in dem Fall. Also relativ günstig im Vergleich zu dem, was wir jetzt von den Jungs kennen. Ich habe auch gleich ein paar Screenshots vorbereitet. Das ist jetzt zum Beispiel ein Screenshot aus August 2013. Da sehen wir unter anderem natürlich so ein bisschen den Seitenaufbau und auch schon so das erste Piece im Einsatz. Und zwar ist es hier rechts bei dem jungen Herrn. Ich versuche mal ein bisschen ranzuzoomen. Da haben wir schon so das erste Piece von Represent. Relativ simpel, Logo lastig das Ganze. Und ja, das war so das erste Piece, was ich zumindest so im Internet gefunden habe. Ich habe natürlich auch ein paar Screenshots gefunden. Das war so der erste Aufbau der Homepage von den Jungs. Ich überlege die ganze Zeit, wie meine Seite 2011 aussah. Ich glaube 2011 hatten wir noch gar keinen Lounge 2012 ungefähr. Suche ich aber, wenn ihr wollt, auf jeden Fall auch mal aus der Route-Historie mal ein paar Sachen raus. Da können wir vielleicht selber auch nochmal mit Route-Tattoo machen, dass ich euch mal so ein bisschen durch die Geschichte führe. Also 2011 sah ungefähr so die Homepage aus. Dann sehen wir auch hier, das ist immer noch 2011, mal ein anderes Piece von den Jungs. Ich würde mal sagen Rock-lastig oder sehr, sehr Band-lastig. Das ganze Marketing aufgezogen gehabt. Represent abgekürzt, die Vokale rausgenommen. Ja, so sahen auf jeden Fall glaube ich schon die ersten Pieces aus. Hier habe ich auch mal ein T-Shirt gefunden, was die Jungs quasi released hatten. Komplett anders, wie man es glaube ich gewohnt ist von den Jungs. Also ja, man hat natürlich damals ganz anderen Look gehabt und eine Marke findet sich ja meistens. Was man hier aber schon sieht, dass die Jungs in USA quasi die T-Shirts eingekauft haben. Ich vermute mal, es war wirklich Merchandising. Gilden kommt ja aus USA und American Apparel. Kann sogar sein, dass sie hier American Apparel genommen haben. 22 Pfund wurde das Ganze schon verkauft. Also ein bisschen teurer und gedruckt haben sie es auf jeden Fall bei sich zu Hause in UK. Das war jetzt auch schon ein Piece, was ich noch gefunden habe. Und zwar ein Sweater mit Represent. Also optisch vom Design her eine komplett andere Geschichte. Ich vermute auch, dass das Merchandising Pieces waren. Den Künstler werden wahrscheinlich alle von euch erkennen und kennen auch. Leider nicht mehr unter uns. Mac Müller. Das heißt, die Jungs haben schon damals oder relativ früh ein Piece bei ihm platzieren können. Was echt crazy ist. Hier haben wir ein paar andere T-Shirts, die ich gefunden habe. Das war jetzt auf der Instagram-Seite. Mit einem ähnlichen Stil. Schon ganz crazy zu sehen. Also sehr, sehr Logo-lastig, sehr schriftenlastig, wie man schon erkennt. Auch schon die ersten Jacken. Das war jetzt Dezember 2012 das Posting. Ja, Jacken schon rausgehauen. Hier ist es schwierig zu sagen, ob die Einkauf sind oder ob die die bereits schon Algen geschnitten haben. Hier habe ich jetzt nur Screenshots von der Hauptseite gefunden. Wenn ich mich da so ein bisschen durchgeklickt habe, hat man leider keine Bilder gehabt. Aber hier hat man so ein paar Bahner, wo man auch die Pieces sehen kann. 2012 wird das hier, glaube ich, sein. Da hatte ich ja auch schon mit meiner Produktion angefangen. Da waren auf jeden Fall diese All-Over-Prints ziemlich, ziemlich beliebt und ja, angesagt. Dann gab es viele Brands, die das so nicht gemacht haben. Auch Criminal Damage war ja einer der großen und noch bei anderen und die Jungs hier schon recht bunt, sage ich mal. Die Mädels hatten die auch schon im Einsatz. Diese Floral-Geschichte würde heute oder ja, letztes Jahr hat man ja auch schon ein paar Pisten im Segment gehabt. Könnte immer noch funktionieren oder hätte schon funktionieren können. Auch die Aufmachung ja ganz, ganz anders, wie man es heute kennt. Okay, surfen wir mal so ein bisschen weiter durch die Homepages. 2013 sah das Ganze schon so aus. Alles wurde ein bisschen länger. Der Rolls-Royce war schon auf jeden Fall am Start. Über die Interviews von George habe ich schon rausgehört, dass sie schon diesen Vibe von Rolls-Royce ziemlich gut gefunden haben. Und diese Long-Geschichten, diese langen Dünge, diese schmalige, langgezogenen Sachen waren damals auf jeden Fall richtig, richtig hyped. Und hier, denke ich mal, da haben sie schon auf jeden Fall viele Schnitte, ja, entwickelt. Weil das konnte man damals auf keinen Fall kaufen. Viel Carver-Muster. Also auch gelayert. 2013 war auch, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, Jerry Lorenzo mit seinen ersten Pieces am Start und da war Layering definitiv groß dabei. Was man auch sehen kann, schon auch die ersten Accessories, das heißt Taschen, Schuhe meine ich auch schon gesehen gehabt, dass sie es gemacht haben. Also auf jeden Fall interessiert zu sehen. Hier haben wir auch schon auf jeden Fall mal so eine Aufnahme von einem Bag. Das ist jetzt ungefähr 2014 gewesen. Die Homepage sieht man auch, wie der Aufbau sich verändert hat. Image-Video gemacht. Und da waren auf jeden Fall schon die Taschen am Start. Hier haben wir auf jeden Fall Schuhe. Ich weiß jetzt leider nicht, ob die Schuhe bereits von den Yooks waren, aber ich denke mal, so wie sie hier in Szene gesetzt werden, war das schon auf jeden Fall von den Yooks was dabei. Gold auf jeden Fall am Start. Und natürlich immer noch gelayert und sehr, sehr lang gezogen. Aber die Bags waren schon am Start. Also wie krass die T-Shirts früher lang waren. Also ich muss ehrlich sagen, bei Ruth, da gab es auch lang geschnittene Pieces, aber nicht so lang. Also wir waren da deutlich, deutlich über den Knien und hier hat man schon gesehen, dass die Vibes recht, recht crazy schmal lang geschnitten waren. War halt aber damals auch so. Hier sind wir jetzt Februar 2014 ungefähr. Da sehen wir uns nochmal den Shop insgesamt. Und hier hatte ich Glück, dass ich viele Pieces mal so sehen kann. Auch vor allem die Preise. Preislich sind die immer noch im recht entspannten Bereich gewesen. Die Basics waren bei 25 Pfund und alles sehr, sehr schmal geschnitten, sehr lang geschnitten. Die teuersten T-Shirts gehen hier auf 40 Pfund, 30. Also der Look hat sich natürlich damals der Zeit angepasst. Es ist aber auch immer so, dass die Brands sich natürlich dem Zeitgeist anpassen und immer mehr ihren eigenen Look entwickeln. Und ja, so sahen die ersten Pieces aus. Also da gab es schon die Jeans. Das sind die ersten Jeans wahrscheinlich, die ich jetzt so gefunden habe. Jogger am Start, Beanies, Bags, Schlüsselanhänger, Socken waren auch schon am Start. Auf jeden Fall auch preislich noch relativ entspannt, sage ich mal. Okay, der Shop wird immer, immer, immer feiner, immer, immer nicer. Und die Bilder werden immer besser, wie ich finde. Das ist jetzt auch schon richtig, richtig geil gemacht. Immer noch relativ lang geschnittene Longsleeves T-Shirts. Die Jeans sind, glaube ich, bis heute noch vom Schnitt her sehr, sehr ähnlich. Im Dezember 2014 sind wir ungefähr jetzt hier. Dann haben wir schon so die ersten Bomberjacken zu sehen. Die T-Shirts sind deutlich kürzer geworden. Der Look jetzt schon so ziemlich, ziemlich nice. Es ist so ungefähr der Zeitraum, wo ich auch die Marke kennengelernt habe. Und hier finde ich schon, sieht das Ganze schon auf jeden Fall, passt schon viel mehr in den Look, den die Jungs jetzt fahren. Beziehungsweise auch, könnte man es heute noch richtig gut trocken. Ja, auf jeden Fall. Okay. Hier befinden wir uns schon in 2015. Die Sachen immer noch gut am Leeren. Zipper an den Seiten. Das war auf jeden Fall so die Zeit, wo jeder Zipper dran gemacht hat. Ich überlege gerade, ob wir auch Zipper da dran hatten. Wir hatten ja auf jeden Fall bei den Prototypen, bei richtiger Kollektion glaube ich nicht. Aber das war auf jeden Fall der Trend, wo überall Zipper dran gemacht worden sind. Also 2014, 2015 war das auf jeden Fall der Shit. Jeder hat Zipper an die Seiten gemacht. Das war aber auf jeden Fall so ein Ding von Fear of God, wo Jerry Lorenzo die Cuts an den Seiten gemacht hat. Mit Zipper und so weiter. Und Represent hat es natürlich genauso auf dem Schirm gehabt. 2015 auch hier auf jeden Fall noch die Biker Jeans. Und hier haben wir schon ein paar Sachen mehr gefunden. Und zwar haben wir hier Bomberjacken und definitiv viel Schwarz dabei. Also Bomberjackets waren auf jeden Fall am Start. Zipper war immer noch relativ lang geschnitten, das Ganze. Und Leggings. Also die Leggings. Also da war ich auf jeden Fall safe. So was von raus. Ich weiß, dass das auf jeden Fall sehr, sehr trendig war. Ein paar habe ich auf jeden Fall gesehen. Aber für mich war das Ganze einfach so weit weg. Und die Jungs aber auf jeden Fall durchgebrochen. Also das war schon so der nächste Step. Also 40 von die Leggings und Longsleeves 60, 150. Die Bomberjacken und der Hoodie auch schon 150. Also sind die Preise definitiv schon ein bisschen höher gegangen. Und Shorts, Bomberjacken, 125. Also heute sind sie auf jeden Fall deutlich teurer. Hier haben wir auf jeden Fall schon ein paar Sachen zu sehen wie die Jeans, die auf jeden Fall am Start sind 90 noch damals gewesen. Jetzt sind sie auch ein bisschen teurer geworden. Man erkennt aber auf jeden Fall schon so die Jeans, die die Jungs damals gut gerockt haben. So ein Longsleeve immer noch sehr, sehr lang. Und auch hier diese gestreiften Sachen, die waren so krass im Kommen. Also jeder hat gestreifte Shirts und Longsleeves gemacht. Das war auf jeden Fall einer der Zeiten. Hier haben wir Bomber, die auf jeden Fall safe von Fear of God inspiriert worden sind. Das waren auf jeden Fall Fear of God. Kanye Vibes drinnen, Jerry Lorenzo. Und zwar dieser Ärmel, der ja so quasi geriffelt ist. Und zwar ist es wie so eine Art Wasserfall. Man hat das mit einem Gummi gelöst. Der hat dann den Stoff so ein bisschen zusammengezogen und hat einen coolen Look gegeben. Finde ich heute immer noch ganz nice. Und waren damals überall zu sehen. Hier natürlich noch Bomberjacken in etwas länger. Das heißt, manche haben sich auch gewagt und haben gesagt, komm wir machen auch die Bomberjacken an. Habe ich persönlich nicht gefeiert. Also fühlte ich überhaupt nicht. Aber war auf jeden Fall in der Zeit auch bei Zara zu kaufen. Hier haben wir auch schon wieder zu sehen, dass die Jungs auch Bags gemacht haben. Duffelbags und Backpacks. 680, 125 Pfund. Und Cardholder dabei. Preislich noch entspannt. Und Schlüsselbänder. Also auch da schon gut Accessories am Start gehabt. Auf jeden Fall cool zu sehen, wo das Ganze quasi so hergekommen ist. Die Jacket hier auf jeden Fall cool zu sehen. Also die würde heute noch safe funktionieren. Gut gelayert. Hoodie ganz geil. Es war auch auf jeden Fall diese Zeit, wo ja so diese Sandfarben losgegangen sind. Hier habe ich eine Seite gefunden noch, wo wir Produkt nochmal einsehen können. Der Hoodie sieht auf jeden Fall richtig, richtig cool aus. Wurde heute noch funktionieren. Gedroppte Schultern. Nähte zum Teil nach außen gelegt. Das war auf jeden Fall für Represents so ein Merkmal, wo die viel Energie reingesteckt haben in den Schnitt. Wenn man hier auch so die Bauchtasche beachtet, wie hoch die geschnitten ist. Und war auf jeden Fall schon ein spezieller Cut. Und 80 Pfund, ja, kann man machen. Also die Bauchtasche auf jeden Fall echt crazy hochgedreht. Das war jetzt 2015, Juli ungefähr, wo das Ganze so im Einsatz war. Okay, kommen wir auch schon weiter. Hier haben wir noch mehr Pieces zu sehen. Und zwar habe ich jetzt noch so eine Shopseite gefunden. Da sind wir ja 2015. Ich summe hier so ein bisschen an, weil der Shop ist jetzt leider nicht komplett verfügbar. Aber wir können zumindest die Produkte sehen. Und immer noch viel am Layern. Viel Bomberjacken. Die waren ja dann einfach da und konnte man sich nicht denken in verschiedensten Formen. Hoodies teilweise ganz krass immer noch am Start. Und immer noch viel am Layern. Also hier kriegt man auf jeden Fall so die Fear of God Kanye Vibes, Jerry Lorenzo Vibes komplett zu sehen. Ich nenne jetzt einmal nur diese großen, weil sie auf jeden Fall sehr markant in dem Segment quasi waren. Und schon diesen Grundlook so ein bisschen vorgelegt haben. Das ist auf jeden Fall richtig, richtig cool zu sehen. Wir scrollen einfach mal so ein bisschen durch und gucken uns das Ganze mal so an, was es so gab. Die Hosen auch auf jeden Fall Fear of God Vibes. Ziemlich baggeschnitten und meistens rough aufgekattet. Die Bänder wurden schon auch immer länger. Und natürlich die Jeans dürfen natürlich nicht fehlen. Die sind ja bis heute teilweise echt noch immer so im Einsatz. Wenn man hier schon durchscrollt, merkt man, dass im Vergleich zu der Anfangszeit war das auf jeden Fall so, dass die Jungs fast nichts mehr mit Prints gemacht haben. Also da gibt es nirgendwo ein Zeichen von Represent. Also nicht sichtbar zumindest. Kein Hinweis auf die Brand. Wirklich viel auf Schnitt geachtet. Keine Prints, Muster, Schnitt. Wirklich so auf Stoffe wahrscheinlich auch. Also alles relativ plain. War am Anfang natürlich anders, wie wir gesehen haben. Und so wie wir es jetzt erkennen, ist natürlich überall mal ein kleines Gimmick von Represent. Ein Rubber Patch, ein kleiner Print. Hinweis auf die Marke. Oder jetzt auch diese Vintage T-Shirts, die jetzt komplett am Start sind. Und hier nochmal die Leggings im Einsatz. Ja. War halt aber damals so. Die haben ja auch schon Chelsea Boots in Action. Also die Jungs haben relativ zeitnah mit Schuhen angefangen, was echt krass ist. Die Boots auch schon hier bei 185 Pfund. Das ist echt schon eine Ansage. Chelsea Boots sehen wir jetzt keinen Preis. Aber ich denke mal auch die werden auf jeden Fall in diesem Segment gewesen sein. Also es war auch der Zeitpunkt, wo viel Look auf die Schuhe gelegt wurde. Zum Beispiel die Military Boots. Durch Kani auf jeden Fall. Wieder ziemlich vorne mit dabei. Gurte haben die Jungs gemacht. Flanellhemden. Krass auch schon im Einsatz. Und auch etwas länger. Damals noch 95 Pfund. Heute mittlerweile echt weit über 200. Also richtig krass. 2015 auch. Jetzt Ende des Jahres. Hier haben wir ein paar Jeans noch im Einsatz. T-Shirts wurden auf jeden Fall wieder kürzer, wie wir hier deutlich erkennen. Und Jeans natürlich richtig geil. Preislich schon etwas höher, wie wir sehen. Biker Jeans auf jeden Fall am Start. Es war viel distressed. Und auch richtig cool. Hier sieht man schon auch die Mühe bei den Bildern. Also die Shootings wurden immer krasser. Immer heftiger. Und da hat man schon gesehen, so die Jungs haben auf jeden Fall schon echt gut verkauft. Also die haben sich richtig Mühe gegeben. Ich gucke gerade mal nach Bildern, wo ich der Meinung war, dass sie auf jeden Fall den Durchbruch hatten. Den kompletten Durchbruch. Für mich zumindest war das auf jeden Fall so dieser krasse Durchbruch. Und die Bilder, die haben sich so krass bei mir reingebracht. Hier haben wir es auch schon. Das war so bei mir so der Stepper 2016, wo ich gesehen habe, okay krass, das ist eine Ansage, was sie hier machen. Krasse Bilder, geile Schnitte, geile Optikfarbe, extrem gut aufeinander abgestimmt. Das waren auf jeden Fall so die Kanye-Vibes, so die Season-Farben, die dort zum Einsatz gekommen sind. Heftige Parker gebaut. Und hier wusste ich so, okay krass, die Brand, die sind auf jeden Fall richtig, richtig big. Und die werden auf jeden Fall noch viel, viel größer. Wie wir heute natürlich auch wissen. Die Mühe, die sich genommen haben bei den Schnitten, also das war krass zu sehen hier. Also das war so der Stepper, wo ich wusste, okay krass. Genau das ist jetzt das Bild gewesen, das bei mir so krass hängen geblieben ist. Der Look, diese Mühe bei den Bildern, das ist Drop Nr. 2. Und man erkennt natürlich so die Einflüsse von Kanye-Jerry, was ja nicht verwerflich ist. Aber da haben sie auf jeden Fall abgeräumt, weil die meiner Meinung nach schneller liefern konnten. Oder schneller diesen Look, diese Farben hatten, als Kanye selbst seine Kollektion quasi rausgebracht hat. Das war auf jeden Fall meiner Meinung nach auch so ein Schlüsselpunkt, wo sie in Instagram ziemlich gut durch die Decke gegangen sind. Wo sie auf jeden Fall auch schon ihre Shows angefangen zu machen. Ich glaube in New York waren die Ersten. In Mailand hatten sie Shows gemacht und dann ging es einfach Schlag auf Schlag. Also die haben dann wirklich sehr sehr hart daran gearbeitet, viel Geld auch wahrscheinlich investiert und haben sich immer wirklich verbessert. Wenn man die Ersten Kollektionen sieht und dann wo sie rausgekommen sind, so weit wie wir jetzt geschaut haben, 2016. Das 2016 glaube ich war so das Jahr, wo es komplett bei denen geknallt hat. Wo sie einfach nur richtig hart verkauft haben und wo sie im Endeffekt auch das Geld dann hatten, um im Endeffekt die Shows zu finanzieren. Gut. So wie sie jetzt aussehen, wisst ihr wahrscheinlich alle und habt ihr auf jeden Fall wahrscheinlich schon auf dem Schirm ab dem Zeitraum gehabt. Vielleicht von euch sogar jemand schon deutlich eher. Wenn ihr Lust habt von anderen Marken mal so die Historie zu sehen, wie die so angefangen haben, dann schreibt mir gerne die Brands in die Kommentare. Ich versuche dann mit meinen Recherchierkünsten da mal was ans Tageslicht zu holen und ein neues Video zu machen. Wenn euch das ganze gefallen hat, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben oder auch gerne nach unten. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.